Ja, hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Heute habe ich mal wieder ein Apex Legends Video für euch vorbereitet. Und zwar habe ich eine Runde im Livestream mit dem Strain Flappy und dem Strain Maxi gespielt. Ist eine richtig, richtig coole Runde bei rumgekommen. An einer Situation gab es so ein bisschen ein Problemchen. Da habe ich ein bisschen falsch gespielt, ein bisschen schlecht gespielt. Deswegen ist der Maxi da leider gestorben, Leute. Aber dafür kamen richtig, richtig geile Sachen bei rum. Gebt euch das auf jeden Fall. Lasst einen Daumen nach oben dafür da. Lasst einen Kommentar da, lasst ein Abo da, falls ich noch keine Ahnung bin. Nennt ihr das Kanal zur Zeit und jetzt wünscht ihr euch ganz viel Spaß. Viel Spaß. Ein Schiff fliege auch da hin. Ja, da kann echt Action sein jetzt. Deswegen meine ich blau. Ja, blau ist aber ziemlich nice. Einer geht nach unten. Nein, Maxi geht in mein Haus. Ich bin alle in deinem Haus, glaube ich. Aber wir sind alle da. Keine Waffe. Ne. Scheiße. Wir haben alle keine Waffe und drüben sind überall entrieben viele. Aber weil nur eine Autopistole. Wir können, wir können. Ja, egal. Wir können auch direkt auf die Höhlen reingehen. Ne, 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 ich gehe unten zu dem Typen. Maxi? Ja. Ja, lass das rein. Komm. Einer geht weg. Einer hat da rum gefinisht. Ich habe den Typen unten. Komm, geh hoch. Hinter dir doch, Maxi. Geh down, Digga. Locked. Nice. Mach Lifeline. Lifeline, 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 Lifeline. Nice. Kommt noch einer, Manu, dann. Ich bin auf dem Weg zu euch, ich bin auf dem Weg zu euch. Ich habe jetzt eure bessere Waffen. Ich höre, ich höre Steps. Auf der Bridge, auf der Bridge. Er geht ins Haus rein. Ja, ich bin hinter ihm. Down. Dead. Oh, noch einer, noch einer. Oben, oben, oben vom Dach. Scheiß auf. Lol. Und bei Manu close, glaube ich. Ja, ja. Wow, er finischt dich. Es war so eine Millisekunde. Sorry, man. Kannst du. Passt schon. Ich dachte zuerst, er meint den bei mir. Deswegen habe ich nicht gecallt. Easy. Ich habe komplett draufgehauen, Alter. Bist du Schock, Amoni? Äh, nee, gar nichts. Willst du hochgehen, direkt? Ja, ihn eh wiederholen. Und oben ist eh noch der Gegner, glaube ich. Ich nehme mich kurz hoch. Boah, mir ist kalt, ey. Ich höre hier auf jeden Fall noch was. Ja, ich gehe gleich hoch mit dir. Links neben mir auch. Ich muss hoch zu dir. Das sind zwei. Oh, bei dir zwei oder was, Dommel? Einmal auf Dommel, ja. Ja, sie sind ab der Rückkehr. Lastes Sandwich, krass. Nice. Noch einer irgendwo. Guck euch auch hinten. Unten, unten, unten. Boah, Headshot. Der war auch nur knocked. Dann sind das zwei Squads. Hat einen Hit, einer? Hast du den anderen gefilisht, den wir hier geruhlt haben auch auf der Brücke? Nee, nee. Tommel, hinter mir noch, Tommel. Ja, warte, 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 warte. Der ist oben drauf. Der ist oben drauf. Ich heil mich gerade, ich heil mich gerade. Chill. Habe ich. Okay, eins Quotes Down, eins Quotes Down. Der ist mit Dino überlebt. Ich gehe runter. Einer hat Granaten-Hit. Habe ihn mit der Miet. Nice. Der andere brennt, der andere brennt. Ich muss mich heilen. Alles gut. Ich gehe hoch aufs Dach. Hab beide. Nein. Einer muss noch irgendwo sein. Ich habe einen gefinisht. Nice. Finish den auch. Ich brauche unbedingt Heavy-Ammo. Oh, danke, Alter. Der kann schießen, obwohl er genockt ist. Oh. Der ist so ein Bug. Hier muss noch wer sein. Ich muss mich heilen, unbedingt, Tommel. Hast du was zu heilen? Äh, was dann? Warte, ich schaue sofort. Ich looge den einfach. Ähm. Nee, der hat auch nichts. Hier. Wow, nice. Wie viele Kills hast du, Bro? Vier. Ich habe sieben. Holy shit. Oh, nice. Let's go. Boah, ich habe die Triple-Tick. Die ist gerade ultrageil. Nice. Ich spiele jetzt auch. So, ich hole dich jetzt wieder, Clappy. Dass du zusammenbleiben. Ja, ich glaube, ich dürfte maximal noch einen Typ sein. Irgendwo. Ich habe wirklich gar keine Ahnung, wo. Ähm. Hemlock habe ich. Am I aseps? Dommel. Komm mal. Ja, zwei. Einer ist bei dir. Habe ich. Hast du den? Ja, einen habe ich. Boah, die ist halt so random, die Snipe, gell? Ey, was passiert hier bitte, Alter? Aber du hattest zwei gescannt, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Ich hole jetzt erstmal Clappy. Hier, ja. Ja, es waren auf jeden Fall zwei. Der war ja auch nur noch. Hier ist er. Okay. Ich kann nochmal rangehen und scannen. Warte. All easy. Hey, der ist unter mir. Ja, der ist schlecht. Ich bin auch schlecht. Gerade er ist One-Shot. Nur knocked. 18 Schuss ist halt so für die Fisch, gell? Oh, hinter mir. Done. Holy shit, Digga. Nice, Alter. Let's go. Ey, das kann 30 plus werden, komm. Ja, easy, komm. Reine, rein, rein. Du musst mir ein Ding drin lassen. Munition bitte für leichter, danke. Ja, hier, ich habe die abgelegt drin, weil ich brauche die nicht. Okay, nice. So, ich hole dich jetzt, Rappi. Aus den ganzen Kisten müsstest du schon ein bisschen was noch holen können. Ja. Wie viele Kills hast du, Maxi? Äh, neun. 5. 5, 5, 5. Okay, wir haben 14. Rappi, hattest du schon einen Kill? Sag ich dir gleich, ich sehe es nicht aktuell. Okay. Sollen wir runter zu den Tunneln? Direkt? Ich will halt in den Bunker, ist ein Safe noch drüben. Glaubst du, da sind noch welche? Ich glaube schon, oder? Und wir nach Bunker gehen? Nee, mir wird mal nicht angezeigt. Okay. Ich glaube nicht. Ich war ja auch die halbe Zeit da und down jetzt. Ich will trotzdem kurz nebenbei noch Tunneln abchecken am besten. Ja, ich gemütne nicht, dass du jetzt sterbst, das wäre ärgerlich. Steps. Ja, okay. Im Haus oder was? Über mir. Im Haus? Ja, über mir. Der hat gescannt. Der ist auf dem Dach, glaube ich. Ja. Einer ist unten drin. Lila Rüstung hat einen Hit. Seh nicht. Oben bei dir ist er. Ist der erst? Oben? Ich seh nicht. Hinter mir. Haben ihn. Nice. Habt ihr die heute ja? Ja. Ja, wir haben die. Okay, schon. Hier ist noch ein Phoenix-Kit drin, nehme ich mit. Ich hab noch gar keine Moon. Ja, hier oben, hier oben ist noch einiges. Ja. Zur grüne hab ich gar nichts. Tunnel. Warte kurz. Ja, grüne Muni ist oben auch noch genug. Ich geh da rein. Warte kurz, Domme. Ja, alles easy. Alles easy. Ich mach den Portal. Bei mir ist es selbst los, Domme. Da kommen welche, da. Domme, kannst du zu mir kommen? Ich hab ein Portal, ihr könnt's dann abbauen. Nein, nein. Okay, 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 warte, 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 ich komme, ich komme. Oh Gott, war zu ego von mir. Da pusht mich auch. Ich hab ihn mit meinen letzten zwei Kugeln geholt und jetzt bin ich. Ja, ist auch hinter mir. Sorry, war mein Schultz. Warte, warte, warte. Max, er hielt ihn da, er hielt ihn. Ich bin da, Manu. Achso. Er fasst mich tot. Ah, Junge. Hielt er ihn wieder? Ja, nein. Äh, nein, er finischt mich mit Nades. Schade, Domme. Alles gut, alles gut, alles gut. Danke, Luna, für deinen Host. Ich markiere immer, glaube ich. Danke, danke. Wie war dein Stream? Oh, danke, Mann. Hast du schwere Munition? Ja. Sorry, Maxi, Mann, das war echt meine Schuld. Alles easy. Ich muss nur meine Marke holen, dann bin ich zufrieden. Ja, alles klar. Ja, alles klar. Nice, Luna. Holst du seine Marke? Oder? Warte, ich hole, ich hole, ich hole. Oh, endlich eine gute Waffe. Du müsstest halt ewig weit laufen, Gates, für den Respawn-Punkt. Ist echt weit weg? Boah, mir Gegner, oh mein Gott. Nein, das ist doch lastig, ich habe keinen. Ich habe nur einen gesehen. Komm, Domme, mach 20-Bomb. Ja, finischt mich eh. Ich habe keine Steps gehört, wie kann das sein? Ich habe keine Steps gehört, ich habe keine Steps gehört, ich habe keine Steps gehört. Bitte habt ihr kein Aim. Ja, Twanny kann ich schon nicht mehr machen, es sei denn, die beleben ihre Mates wieder oder so. Ich habe keine Nades, Alter. Ja, ich habe keine Steps gehört, ich habe keine Steps gehört, ich habe keine Steps gehört. Ich habe keine Steps gehört, ich habe keine Steps gehört. Okay. Catching myself up. You're in their sights. Going to phase. Punching a tunnel. I set the portal. Recharging my shield. Recharging my shield. Danger, move. Just a minute until the ring closes, huh? Boom! Wuhu! Wuhu! Viel zu heftig. Aber was die für Faxen gemacht haben am Ende. Ach du Scheiße. Das war's.